so die johle und herzlich willkommen zurück zu meinem Video ich habe letztes Mal ein paar Ricks noch geteimt und das vier da werde ich nachher noch was mitmachen ja das hier mal du dicker Ding hast du das schon für Herr Sommer abgegeben für Doktor Sommer nee alter Flynn hä what Flynn alter ist sie guck mal bitte guck mal bitte in den Honig Dings rein hm wie viel da drin ist joo ähm aber die Schnecke nehmen wir auch noch mit würde ich sagen weil die braucht ab und zu auch was zu essen sonst verreckt die und das will ich nicht und guck mal siehst du das finde guck mal guck mal guck mal hier bei den sachen die ich hier ausgeworfen habe guck mal siehst du dieses komische zeug hier komm mal her hier darf da siehst du es nicht guck mal das war ja das wird die Schnecke aus das ist ja auch das genau das gleiche ganz aufzuhören weil ich aber nicht ne brauchen wir auch gar nicht ja wir lassen uns alles zurück ich bin bereit nein ich bin noch nicht bereit ich auch nicht ähm wir müssen jetzt mal ein paar Tiere ein Tüten in unsere schöne Aldi Tüte ja die Kyro Kapseln sind unsere Aldi Tüten Mann wieso kann ich den rotzern hier jetzt nicht aufnehmen alter ähm was wollen wir alles mitnehmen na halt das was wir so im inventar haben vielleicht noch ein bisschen metal pack kummer den high level archie und dann packt er mal keine ahnung bisschen metal rein keine ahnung so tausend metal oder so sollte reichen hat hier hat Level Up gleich mal auf Dings Level auf Gewicht jo so 2000 oder wie viel soll ich reinpacken nein 1.000 und 1.500 Kürz 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 ja schon nimmst für die Tiere will ich noch mitnehmen so ein Furtstag ist doch immer was nehmen wollen doch mit ich würde ich würde auch mitnehmen wollte ich gerade sagen an Kühle können auch mitnehmen aber ich nehme jetzt noch ein Tier mit für Bären Fasern und so mhm los dankeschön warte mal wollen wir nicht lieber ne wir nehmen den High Level Team mit ok High Level ist jetzt nicht das richtige Wort aber ja apropos du hast auch noch nicht gesehen unser neuer Tech Raptor oder unser ich den hab schon gesehen aber der sieht geil aus ja ich weiß wollen wir den zum Level mitnehmen nein ok wir tellen da ein Schneebiumstiere umsonrotz ja ok mhm ok ja äh aber tellen wir uns denn dort vielleicht auch äh hier so ein wie heißt das jetzt so beauty mini ja auch aber ähm butter Megalodon weil da ist ja viel Wasser auch ja dass wir bei den Inseln dahin und her schwimmen können ich mach mal den Generator hier aus mach mal hier alles aus ja ich tüte schon mal den Ankylo ein ja ich tüte schon mal den Ankylo ein ja ich tüte schon mal den Ankylo ein 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 ja t t t T joe sind die viele Pinguine schon wieder darauf alter so wir sind jetzt da ähm zehn Minuten oder so hat es gedauert ohne Rüstung und jetzt höllst du rum dass dir kalt ist ja ein Baumeister ich weiß nicht dieser ja ich brauche es mal die Fundamente und dann in das Bett drauf wo soll das Bett jetzt hin doch irgendwo scheißegal ist hier hier wohl steht ja das erst mal das ist also ich sehe das Fundament nicht das Grund so ich plötzlich erst mal Partierung das ist uns echt zu schwer so einmal Endforcer zu der Rechten hast du irgendwie Holz nein Woll grad sagen hast du jetzt im Ernst die Ankylo ohne Sattel mitgenommen und dann haben wir doch mal das Vieh was du von wem du noch nicht weißt dass ich es getämpft habe Wurz da werde ich meinen Hausbau drauf bauen ich glaube dass so viele Sachen gehen da glaube ich gar nicht drauf ja das wird aber meine Kraft den Benchmini Minimo hast du gerade gehört was war das der Ankylo ist aufgewacht in dem Vieh werde ich auch erstmal das wird jetzt erstmal meinen äh mein mein na hier ah nee mein Entforcer wird jetzt erstmal mein Schrank mein großer mein großer Schrank danke danke und Leute wir werden auch versuchen genau ich weiß was wir jetzt versuchen und zwar erstens das Haus und zweitens wir versuchen gleich mal ein Pinguin zu tapen ähm ich weiß wir wissen beide nicht wie es geht deswegen gibt es Google und es gibt auch YouTube so und ich frage jetzt Google es gibt auch Dolodex da kann man es natürlich auch nachgucken und dann gibt es auch da ja so Google so Strom steht ich muss nur noch Benzin reinmachen ok Google ok Google ok Google aber wie sieht man ein Pinguin in Ark das cutten wir mal raus oder nö dann nicht bitte sag dass mein Öl hier drin ist ja die sagen äh man soll den Bild täuben Problem ist das haben wir ja schon mal probiert ja aber ein ja ja aber wir können vielleicht mal versuchen mit der Hand und äh wie wärs wenn wir das versuchen ein äh heranwachsenden warte ich guck ich guck mal schnell auf der Dings ne hm hab mal gesehen das geht auf jeden Fall noch nicht ähm aber hä wie machen wir es denn ja das geht auch nicht das ist jetzt belastend ach egal ja ja der Versuch soll wir schon mal gescheitert warte wie heißt die K hier das wollte ich nicht aber gut ok du kannst sie gar nicht um morgen warte du brauchst dafür shocking darts ja du brauchst dafür shocking darts any tranquilizer darts für die flinte gut ich hab aber ich hab das auch schon mal mit äh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich wollte gerade auch mal schmelzen dummheit du weh dummheit der russerung nur gerade gekauft wird ja die moni bitte da drin lassen ich gehe das mal mit dem tierifahren und dann würde ich schon sagen das video bald endet um ein paar bären so jetzt ist mir nur noch kalt da jetzt ist gar nichts super perfekt so soll es doch alles auch nichts weil ich so ist es auf 120 es ist mir kalt aber bei kaltes nix bei schneeflocken nicht es sollte jetzt fahren und erfinden wir brauchen noch einen weg nach unten das heißt fahrstuhl der lieblingsbeschäftigung was du machen gerne auch aus holz ist mir gerne auch kannst du das machen und ein level selber selber wollen wir machen mich damit machen aber das war es mit der heutigen folge weil der grad zwei rinos kalt gemacht oder das ist ja alles schon aufgebaut zeigt mal her kühlschrank hast du ja schon was der ist 78 ich bin so schlecht wieso bin ich denn so worthaft alter keine ahnung das ist so gut oder nicht so er hat doch m ich würde sagen nächste folge schämen wir uns gleich wir wollen weil das brauchen wir auf jeden fall zum rüberkommen empfehlen ja ich versuche es mal mit dem oder ich fahre mit zum Beispiel mit dem entforsal ein bisschen ruhe nicht nur für hier sondern auch gleich für zu hause das geile ist das ist ja immer wieder respond es ist ja auch so on mass was ja so viel öl wenn ich ins wasser reingehe ist mir dann kalt ja scheiße das ist nicht so gut das ist wirklich nicht gut dass wenn wir wenn ich ins wasser reingehe das mit kalt ist weil dann wird ich wahrscheinlich nicht bildern oder muss ich immer mit Peter Runders auch sehr kacke finden zu werden wenn du auch nirgends in der lösung schade ist wenn ich irgendwie so ein paar level es zurück machen doch noch hat sie ne meintruhe breitballern und dann hast du halt komplett level 1 als alles neueste los so willst er aber dann habe ich um meine sachen nicht mehr was ich jetzt dann hast du halt die ganze sachen wieder neu erlernen und ist egal ob die neuer lernen kannst oder ob das lässt verstehst du alles bloß ich habe genau gesehen zum glück ist es auf unserer insel hier die wir haben es brauchen ja keiner dinge und polo wie auch zählen ein grüner ein grüner pinguin zum glück spawn auf unserer insel oder glaube ich zumindest dass wir keine wölfe spawnen oder generell irgendwelche vier das ist sehr geil das ist auch hier so sage ich mal orte gibt wo nicht aggressiver viecher spawnen wie zum beispiel pflanzen fressen 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 ich würde sagen das war schon ein video lasst ein like und abo da und haut rein und tschau